Um mich herum war nur noch Licht, in mir war Licht und eine unglaubliche Freude. Und da war die absolut bedingungslose Liebe in mir, um mich herum und es war nur noch Licht. Und ich konnte diese verschiedenen Stufen und Frequenzen wahrnehmen, wie ich immer höher und immer weiter wurde. Und je höher und weiter ich mich ausdehnte, umso weniger dachte ich dann noch. Also mein Denken hörte dann auch auf und es war auch mit einer großen Stille verbunden und dieses Glücksgefühl nahm den ganzen Raum ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube es war gerade irgendeine Fußball-Europameisterschaft oder Fußball-Weltmeisterschaft. Und es ging los an einem der Tage, als gespielt wurde, die Deutschen haben gespielt und wir hatten Freunde da. Wir haben ja unser Fernsehzimmer einen Schluckwerk höher. Und in der Pause, in der Halbzeitpause, wollte ich Bier für alle holen. Und ich bin runtergerannt, wollte ganz schnell Bier holen gehen und ich bin die Treppe nicht mehr hochgekommen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Aber ich lasse mir sowas nicht so sonderlich gerne anmerken, habe dann gejabst und gejabst und gejabst, habe dann aber das Bier verteilt. Und wir haben brav weiter geguckt, aber die anderen sagten, du siehst aber komisch aus, ist irgendwie was. Ich habe ein bisschen Husten, habe es dann aber nicht mehr weiter thematisiert. Ich habe ein bisschen Husten, habe es dann gejabst und gejabst und gejabst. Ich habe ein bisschen Husten, habe es dann gejabst und gejabst.